Hallo und willkommen zurück zu Atelier Escher und Logi. Ich habe in der Zwischenzeit mal die ganzen Hilfetexte durchgelesen und habe daraus gefunden, dass wir unsere erste Aufgabe bereits 15 Tage vor Ablaufdatum abgeben können und die Tage, die wir dabei sparen, werden uns für die nächste Aufgabe gut geschrieben. Wir können unsere Aufgabe auch später abgeben, werden dafür dann aber schlechter bewertet und die Tage fehlen uns dann halt bei der nächsten Aufgabe. Dann habe ich gelesen, wenn wir dieses Assignment-Brett komplett füllen, gibt es einen extra Bonus und ich denke, wir können es vielleicht noch schaffen in den 65 Tagen, die uns noch bleiben, das hier zu machen. Und deshalb habe ich mal geguckt, wie muss denn die Synthese aussehen, damit wir, wo ist es, hier so ein Burst in Craft machen können. Und da habe ich halt festgestellt, wir müssen den grünen Balken über die erste Linie bringen. Dann, achso genau, Craft wollte ich machen. Dann nehmen wir hier das einfache Gunpowder und zweimal Spiky Fruit. So, dann, welche Reihenfolge weiß ich jetzt nicht, ist mir auch ein bisschen egal. Achso, ne genau, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt hier so einen Gegenstand einsetze, dann ein Skill verwende. Achtet mal drauf, jetzt der grüne Balken rechts ist bei 10 von 20. Und wenn ich jetzt diesen Skill einsetze, wird mir davon rechts was abgezogen. Habe ich nur noch 8. Das heißt, ich darf jetzt keine grünen Skills einsetzen, sonst bekomme ich halt die 20 Punkte nicht voll, die ich da brauche. So, und rote Skills, weiß ich jetzt gar nicht, ob die was bringen. Damit könnte ich jetzt nochmal CP zurückholen, würden wir dann, würde uns aber nichts bringen. Wir brauchen ja keine CP mehr. Also lassen wir es einfach so, wie es ist. Und wo jetzt beim grünen Balken da rechts noch Fragezeichen stehen, da müsste dann der Bursting-Effekt kommen. Genau, Bursting. So, dann habe ich hier bei dem Abenteurer-Equipment Escher bereits mal mit fünf Gegenständen ausgerüstet. Das ist ja eine unserer Aufgabe, mit fünf solcher Gegenstände auszuziehen und dann auf Abenteuer zu gehen und in die Stadt zurückzukommen. Logi bekommt dafür das neue Craft, was wir hier gemacht haben, mit dem Bursting-Damage. Ich könnte jetzt noch eine weitere Bombe bauen, da bin ich so ein bisschen am überlegen. Es könnte aber auch knapp werden mit der Zeit dann. Noch mal eben sehen, Assignments waren Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Und hier unten war das Grain Scraps sammeln. Okay, ich denke, es sind, ich mache sicherheitshalber noch eine Bombe fertig. Aber nicht jetzt, denn jetzt gehe ich gerade noch mal nicht in die Urban Area, sondern ins Administration Office, um mir noch ein paar Requests abzuholen. Denn wir haben jetzt den 28.5. und am 1.5. gibt es bestimmt wieder neue Aufgaben, dass wir gucken mal, was es hier so gibt. Okay, da brauchen wir Curing Powder. Wir haben zwar einmal Curing Powder, aber das habe ich halt Escher ins Inventar gegeben, deshalb taucht es hier nicht auf. Heilsalbe, genau das Gleiche. Und dann haben wir noch... Bittertree Seeds. Ja, wir haben drei davon. Wir gehen ja gleich eh wieder sammeln, das heißt, das mache ich mal. Grain Scraps wollen wir auch sammeln. Und dann machen wir auch noch das Bestienfleisch. Grain Scraps wollen wir auch noch das Bestienfleisch. Grain Scraps wollen wir auch noch das Bestienfleisch. Das können wir später machen, wenn noch Zeit übrig ist. Dann gehen wir einfach mal in die... in das Stadtgebiet. Hallo, haben Sie ein Ausrufezeichen gesehen? Ah, da ist ja eins. Magierin, was? Ich habe von denen mal in Büchern gelesen, aber hätte nie gedacht, dass es sie wirklich gibt. Ja, natürlich nicht. Wir leben ja versteckt, deshalb kennt uns niemand. Aber nein, das ist alles versteckt. Aber nicht, das ist wirklich nicht so gut. Aber in der Hauptstadt hätte trotzdem jemand davon wissen müssen, dass es Magier gibt. Ah, was ist das? Ich glaube, dass ich da nicht so schlafen habe, dass ich da nicht so schlafen habe. Ich glaube, dass jemand mit dem Hintergrund gesprochen hat. Das ist doch egal, aber... Ah, vielleicht wissen ja sogar Leute in der Hauptstadt davon, aber die halten es dann geheim. Das ist doch alles gut. Das ist ein wichtiges Thema für die Schmutz, nicht wahr? Ich bin sicher, dass ich mich sicher behalten. Wenn man andere Schmutz nicht verbreitet, dann wird es wahrscheinlich so. Hä? Hast du auch auch Willbel mit den Schmutz? Da gibt es dann noch andere Magierinnen außer dir? So. Unsere Familie ist die Magierin, aber die anderen sind sehr viel. Sie sind aber nicht, oder? Ich habe es nicht so gesehen. Und selbst wenn es sie gibt, dann gibt es bestimmt nicht viele, weil sie ja noch nie jemanden getroffen hat, der auch Magie kann. Ich weiß nicht, ob ich die Magierin, die in der Welt, wie viele es gibt, wie viele es nun gibt. Das ist so. Aber es gibt es nicht so, dass sie sich nicht mehr haben. Die Magierin, die sich in die Macht verabschiedet haben, die sich nicht verabschiedet haben, dann wird das nicht verabschiedet. Wenn jetzt die Familie aufhört zu existieren, dann verschwinden ja auch die Magier. Heee, so ist es auch so ein Thema. Aber es gibt auch noch jemanden in der gleichen Kiez-Zog, die auch nicht benutzt werden können, so haben sie gehört. Natürlich, wenn man in der Familie auch nicht benutzt, dann sind die Magier auch nicht benutzt, aber das ist grundsätzlich ein Unterschied. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe auch schon sehr viel Spaß gemacht. Das ist so, dass die Magier aus Üben wirklich gut ist, nicht wahr? Wenn man die Ausbildung auf der Bibel geschrieben hat, dann kann man jemanden ausüben. Denn die Alchemie steht es ja einfach in den Büchern, und jeder, der die Bücher versteht, kann die ja auch durchführen. Wenn man so sagt, ist das so. Wenn man so denkt, das Lenkinz ist wirklich ein sehr便宜er, oder? Aber wenn man so wie ein Lenkinz, wenn man so勉強 ist, dann kann man so sehr gefährlich sein, dann ist das so gefährlich, oder? Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass eben jeder, der Alchemie lernen möchte, das auch tun kann. Egal ob er damit jetzt Gutes oder Böses im Sinn hat. Und Magier verstecken sich, damit niemand die Magie missbrauchen kann. In letzter Zeit, äh, scheint aber bald jeder Alchemie zu benutzen. Das bedeutet, dass es jemanden kann. Ja, auf jeden Fall, ähm, hast du als Alchemist eh keine Chance, äh, uns Magier zu besiegen, wenn wir es ernst meinen. Ja, ein nettes kleines Gespräch. Ähm, ich gehe jetzt doch noch mal kurz zum Atelier. Guck, wie lange so ein Heiltrank dauert. Dauert drei Tage, wer denn genau der erste? Dann machen wir das auch noch mal eben. Ähm, holen uns die Quest für den Heiltrank ab. Heute ist es noch mal kurz zum Atelier. Welche Anzeige? Welche Anzeige? Denken wir mal 6 Punkte. Denken wir mal 6 Punkte. Denken wir mal gut? Dann kommen wir auf jeden Fall auch bei Poison Squirrels vorbei, denke ich. Ob wir die anderen machen, weiß ich nicht, oder eigentlich doch was. Wenn wir so viel kämpfen gegen die noch. Nämlich, nehmen wir mal die Poison Squirrels. So, dann zurück, ähm, ins Labor. Drei Trank herstellen, auch sind einfachste Zutaten. Oder ich könnte auch versuchen, gute Zutaten zu verwenden. Ob wir dann da irgendwie was hinkriegen. Wenn wir hier Wasser nehmen, besseres Wasser ist... ...dem einfaches Wasser. Ja, vielleicht kriegen wir den grünen Balken noch hin. Ja, das kriegen wir auch so. Beides sehr schlechte Qualität. Und das anderes schaffen wir eh nicht. Oh, ach so. Ja, da will ich mich jetzt gar nicht lange mit aufhalten. Ich mach jetzt einfach... Ach so, doch. Eine Kleinigkeit. So, damit sind wir trotzdem über 15. Und, äh, der Effekt wird dann halt noch ein bisschen höher. So, damit sind wir trotzdem über 15. Und, äh... So, dann... ...wenn wir jetzt in der Installation. Ja, geschafft! Wir sind geschafft! Level Up! So, wie gesagt... ...Logy-san, ...hört mal ein bisschen? Was ist das? Du hast mir doch mal erzählt, dass ihr keine Kessel verwendet, da in, äh, der Hauptstadt, oder? Das war ja so. Das war ja so. Das war ja so. Das war ja so. Aber wie habt ihr dann da die Synthese gemacht? Aber wie habt ihr dann da die Synthese gemacht? Aber wie habt ihr dann da die Synthese gemacht? So... Na... ...kantant zu erklären, wenn wir die Synthese verwendet werden, ...durch die Synthese verwendet werden, die alle verwendet werden. ...denkantant zu erklären, dass es immer nur noch die Synthese verwendet werden will. Heee... ...dann... ...wenn... ...dann... ...das ist ja... ...dann... ...tauher... ...zurechtbar wird... ...dann... ...dann... ...das ist ja... ...dann... ...dann... ...denkant... ...dann... 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 ...mich... Ja, das funktioniert aber auch nur in der Hauptstadt, weil da genug Leute wohnen. Oh, tatsächlich. Wenn du so ein Büro gemacht hast, dann wird es auch so viel Platz in der Sibu. Ja, hier wäre einfach nicht genug Platz. Ah, wenn du so denkst, wenn du so ein Büro mit der Sibu mit einem Ränkin-Gama in einem Ränkin-Gama machen kannst, ist das便宜, oder? Hm... Das heißt, wenn du alle Ränkin-Gama in der Sibu. Ja, aber sollte nicht jeder einfach lernen, auch mit so einem Kessel zu synthetisieren. Mö-chan, sag mal. Normalerweise ist es schwierig, dass es so viel zu verwendet ist. Ist das einfach so zugeflogen? Das... oder hatten halt Talent und konnten es dann. Ja, in der Hauptstadt, da brauchen die Leute halt einen genauen Plan, sorgfältige Messungen und müssen sehr auf die Details achten. Ansonsten klappt das doch nicht. Na... Dort gibt es halt die besten Zutaten und die können sogar Synthese in Massenproduktion betreiben. Und es gibt sogar ein paar Gegenstände, die können ausschließlich mit der speziellen Ausrüstung hergestellt werden. Und das ist ein Vorteil. So, dann gibt es auch alle andere Dinge, die sich in der Klinik und in der Klinik, die sich in der Klinik und in der Klinik, die sich in der Klinik und in der Klinik und in der Klinik und in der Klinik, die sich in der Klinik und in der Klinik anbieten. Genau, wenn wir dann unsere Schwachpunkte ausräumen, dann können wir es noch mehr so viel machen. Dann können wir richtig großartige Dinge schaffen. Ja, schade, dass ich dir nicht zeigen kann, wie wir jetzt genau in der Hauptstadt arbeiten. Ah, es gibt Geld, 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 Geld. Boah, viel. Ich glaube, ach ne, das ist, ne doch, das ist das, 1180 kommen wir dazu. Letztes Mal, was haben wir da bekommen? Ähm, 490 meine ich. Gut, jetzt muss ich noch mal eben nach der ausgerüsteten Medizin gucken. Logi hat nämlich hier eine schlechtere Medizin erwischt. Dann nehmen wir dann die hier. Und, hä? So. Okay, die haben wir jetzt noch zum vertauschen. Jetzt haben wir 4, äh, 8, 12, 15, ähm, Kampfteile. Eine Bombe dauert noch drei weitere Tage. Das machen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal. Oh, aber Marion will uns wahrscheinlich sehen. Eine Linka. Eine Linka. Eine Linka, geht's dir gut, alles klar, ja, schön. Eine Linka, geht's dir gut, alles klar, ja, schön. Ich wollte gerade Marion Bericht erstatten, aber sie scheint nicht da zu sein. Ähm, das ist ein Gespräch, oder? Gut, dann holen wir mal. Ja, sie ist wohl in einer Besprechung, aber ich kann nachschauen. Nein, das ist nicht nötig. Sie wird bald zurück sein. Nein, nicht nötig. Sie wird bald zurück sein. Okay. Übrigens, ähm, was für Arbeit machst du eigentlich die ganze Zeit, Linka? Ja. Ich hätte schon, äh, früher gern mit dir gesprochen, aber du bist, äh, selten hier. Ja, hauptsächlich rotte ich Monster aus und, ähm, dann suche ich noch gesuchte Kriminelle, äh, wenn wir Informationen über die bekommen. Es gibt halt jede Menge Monsteraktivität in entfernten Regionen und, äh, Linka bekommt den Auftrag, sie zu töten. Ja, das klingt ja gar nicht wie eine Regierungsbeamte, sondern mehr wie, äh, ein Vollzeit-Schwertkämpfer. Was meinst du jetzt genau mit Vollzeit? Ich bin schon Schwertkämpferin, seitdem ich geboren wurde. Ich kenne denn nur das Schwert. Deshalb, ähm, ja, kann ich, ähm, ähm, oder bin ich, ist mein Einsatz am sinnvollsten, ähm, wenn ich das Schwert einsetze. Und mal eben Korrektur, also ihr Beitrag am Gemeinwohl ist am stärksten, wenn sie das Schwert verwendet. Ach so, das ist also der Grund, warum du seltener Stadt bist. Klingt ziemlich hart. Ja, das macht mir aber kein Problem. Es ist ja notwendig, damit die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, äh, arbeiten kann. Marion ist zwar dagegen, weil es gefährlich ist, aber, ähm, ja, ich kann ja sonst nichts anderes. Ja, wenn wir, ähm, keine gute Arbeit abliefern, dann wird, äh, die Abteilung das Gesicht verlieren. Ja, Marion war sehr glücklich, äh, dass ihr zwei zu uns gestoßen seid. Und ich bin auch sehr dankbar, dass, äh, die zwei Neueinstellungen beide in unsere Abteilung gekommen sind. Ja, aber unser Beitrag ist noch nicht wirklich groß momentan. Ja, aber unser Beitrag ist noch nicht wirklich groß momentan. Da gibt's einiges, was ich noch gar nicht weiß, äh, deshalb wär's schön, wenn du mir ein paar Sachen beibringen könntest. Na ja, ich werde zukünftig aber auch sehr oft, äh, äh, außerhalb der Stadt tätig sein. Ja, ich werde zukünftig aber auch sehr oft, äh, äh, außerhalb der Stadt tätig sein. Ja, wenn es so ist, 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 wenn es so ist. Aber melde dich ruhig, wenn du was von mir brauchst, wenn du was brauchst, und, äh, ich komm dann vorbei, egal wo ich bin. Haha, das ist sehr wichtig. Oh, danke, dann, ähm, ja, mach's gut und, äh, gute Arbeit. Weiterhin. Entschuldigung. Und, äh, Marion ist auch nicht so gut, äh, zu verärgern. Alles klar. Ähm, und noch so ein kleiner Tipp, ähm, es wär gut, Marion nicht, äh, zu verärgern. Nicht mal ich kann sie stoppen, wenn sie, äh, wütend wird. Ähm, äh, ich weiß, was du meinst. Wir werden vorsichtig sein. Malen. 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 Vest spring mit P previously.